Wenn du wissen möchtest, wie du in dir mehr Kraft schöpfen kannst, damit du wieder im Alltag normal funktionierst und nicht einfach nur wie ein Robot herumläufst und einfach nur Dinge erledigst, weil du die erledigen musst und einfach nur noch funktionierst, dann bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Wenn wir das Gefühl haben, ständig erschöpft zu sein, kann das mehrere Ursachen haben. Es können depressive Phasen sein, es kann eine schlechte Ernährung sein, es können Erlebnisse sein, die einen runterziehen, wie Tod, Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, es können verschiedene Sachen sein. Die eine Sache ist natürlich die Ernährung, auf die will ich jetzt nicht tiefer eingehen. Wir brauchen wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die uns Energie geben. Wir brauchen Schlaf, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Schlaf. Schau, was du machst, um dich abzulenken, schlafen zu gehen. Manche sind dann nochmal stundenlang auf Social Media oder Netflixen ganz lange. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, beobachte dich. Was hindert dich da dran, genug Schlaf zu haben? Wenn wir sehr, sehr erschöpft sind, müssen wir schauen, was sind denn die Energiefresser? Und in der Regel, nicht immer, aber meistens, sind das offene Loops. Was meine ich mit offene Loops? Das sind Situationen, die wir noch nicht, Problemsituationen, wo wir noch keine Lösung haben, die im Hintergrund, in unserem Unterbewusstsein ständig auf Dauerschleife laufen. Manchmal auch in unserem Kopf, in Gedanken, wo wir uns mit anderen Personen streiten oder uns über uns selber ärgern, weil wir gewisse Lösungen noch nicht gefunden haben, weil wir gewisse Dinge nicht gemacht haben, weil wir es nicht geschafft haben, uns zu verteidigen. Da haben wir uns wieder ausnutzen lassen haben, warum wir immer noch in der Situation sind, weil wir uns sehr, sehr ohnmächtig fühlen, sehr traurig, verzweifelt, überfordert, was auch immer. Beobachte dich im Alltag. Wie, was fühlst du in deinem Körper? Du kannst ja gerne Notizen machen, auch in deinem Handy. Wenn du zum Beispiel auf dem Klo bist, anstatt auf Social Media rumzuscrollen, wenn du dein Handy mitnimmst, ich denke, die meisten nehmen es mit, kannst du in die Notizen reingehen und schauen, wie ist bis jetzt mein Gefühlszustand. Und das kannst du auch nochmal abends vorm Schlafen machen. Was sind bei dir in deinem Körper für Gefühle oder in deinem Kopf für Situationen, die noch nicht abgeschlossen sind, die du gerne erlösen möchtest, wo du eine Lösung brauchst, aber noch keine hast? Du musst jetzt nicht die Lösung finden. Es geht darum, den Ist-Zustand in deinem Körper herauszufinden und den erstmal schriftlich festzuhalten. Ob auf einem Zettel oder in deinen Notizen im Handy. Wenn du herausgefunden hast, was da für Gefühle in dir wirklich drin sind, ob da Enge ist, ob da Druck ist, was auch immer, die Gedanken und die Gefühle runterschreiben, hast du noch eine letzte Aufgabe. Und zwar schaust du, was tue ich, um mich davon abzulenken, das zu fühlen. Meistens essen wir, dazu kommt nochmal ein extra Video. Das heißt, wir stopfen uns voll. Oder wir lenken uns ab mit Social Media, mit Netflix, mit Telefonaten, mit Freunden, mit Treffen mit Freunden, feiern gehen, shoppen gehen, was auch immer. Was ist es bei dir? Bei mir ist es sehr oft, dass ich dann da sitze und auf Social Media rumscrolle und manchmal auch unbewusst irgendwas esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Also beobachte dich, was ist in mir drin, an Gefühlen und Gedanken. Es ist oft sehr, sehr schwer, manchmal auch daran ranzukommen. Nimm dir die Zeit, tagsüber, die nächsten zwei, drei Wochen, immer mal wieder dich kurz innerzuhalten. Und dir ein paar Notizen zu machen, im Handy oder auf dem Zettel, was gerade in dir von Zustand herrscht. Was sind da gerade für Gedanken, Selbstgespräche in dir? Immer mal wieder aufschreiben. Und das sind meistens die größten Energiefresser, weil wir manchmal in Problemen leben, in Situationen leben, die wir eigentlich gar nicht wollen, die aber da sind. Und wir kämpfen unterbewusst dagegen. Und das erschöpft ungemein. Und ich habe da die verschiedensten Geschichten. Ich habe Klienten, die haben erst kürzlich jemanden durch den Tod verloren oder vor 30 Jahren jemanden durch den Tod verloren und immer noch dagegen kämpfen, warum diese Person gestorben ist und schlechtes Gewissen, weil man sie vielleicht nicht gut behandelt hat oder was auch immer. Das kann eine Situation sein. Es kann eine unglückliche Ehe sein. Es kann ein Job sein, in dem man einfach nur unzufrieden ist. Und jeden Tag läuft man mit dem Frust herum über diese ekligen Kollegen. Können verschiedene Sachen sein. Deshalb nimm dir die Zeit, sei es dir wert, dir ein paar Minuten aufzuschreiben, was dich runterzieht und wie du versuchst, dich von diesen Gefühlen abzulenken, ob du dich mit Essen vollstoffst oder was auch immer. Das hilft dir schon. Es ist genauso wie bei einem Alkoholiker. Wenn ihm bewusst wird, dass er zu viel trinkt, erst dann kann er damit aufhören und hat dann wieder mehr Energie für sich und seine Familie. Und so auch, wenn du sehr, sehr erschöpft bist im Alltag. Wenn dir bewusst wird, was dir wirklich Energie abzieht. Und wie gesagt, das ist meistens, sind es unsere Gedanken und unsere Gefühle. Meistens erschöpft uns das viel mehr als körperliche Arbeit. Körperliche Arbeit erschöpft, aber danach kannst du tief und entspannt schlafen. Unerlöste Probleme, Gedanken erschöpfen und lassen dich aber nicht schlafen. Schreib mir gerne unten in den Kommentaren, was die Aufgabe mit dir gemacht hat. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link, melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.